Hunde-Geschicklichkeitsrennen auf dem Nordmark-Sportfeld. Rund 100 Herrchen und Frauchen schicken ihre Vierbeiner ins Rennen. Welcher Hund schafft es am schnellsten über den 50 Meter langen Hindernisparcours? Der Einsatz stimmt, auch wenn der eine oder andere mal neben der Spur läuft. Auch Maria und ihr Enkel Konrad haben sich vorgenommen, mit ihren drei Hunden einen der begehrten Preise mit nach Hause zu nehmen. So viele Wochen, das machen wir nicht jedes Jahr und das ist so eine Besonderheit für uns. Die Hunde heißen? Karus, Kilius und Utrello. Das ist immer eine Abwechslung zur Rennbahn. War alles prima, sehr spaßig, Kinderspaß gehabt und die Hunde auch. Ja.